I like to move it, move it, I like to move it, move it, you like to move it I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, you like to move it Ich will eine Falle mitnehmen Wie so eine Falle? Weil hier noch eine simple, tragbare Shop-Falle ist Die simpel, tragbare? Ja, die ist beides Scheiße, hab ich doch nicht mehr Zia, wie ist immer? Ach, noch schnell eine Ration reinpfeifen, hab jetzt Hunger Du hast Hunger Ja, Rationshunger Ich habe sieben Berührungsbomben, aber keine Falle Mal sehen, ob die auch sowas bringen Hm, keine Ahnung Einfach mal ausprobieren, ne? Ja, einfach mal ausprobieren, ne? Ja, einfach mal ausprobieren, das hilft gleich dann Ja, genau, das ist eine Berührungsbombe getötet, ne? Ich weiß, was ich jetzt am dürfsten fände Was? Wenn ich noch einen Schlag brauche und der dann tot ist Ja, das wäre natürlich eine Aktion jetzt So, da Die Velocity Brace haben uns gerade sehr schönen Einlass gegeben Velocity Brace? Ja Was haben die denn gemacht? Die haben mich synchron, also fast synchron angekläfft Und haben mich dann durchgehen lassen So, als wenn die so wie ein Portal wären, das sah cool aus Portal Ja Monster Hunter und Portale, wir sind nicht bei Minecraft Na und? Wir sind bei Portal 2, ne? Ja, auf jeden Fall So, jetzt mal kurz eine Frage Sind Hände gut? Was? Sind Hände gut? Hände? Ja Achso Bei Pit Ähm Wieso schlägt der nicht und ist schon wieder wütend? Ich hab grad ein Déjà-vu gehabt Ok, er ist noch nicht tot Noch nicht Äh, Hände, wenn du damit umgehen kannst, sind sie gut, ja? Ich probier doch mal Komm, wir sind ja einfach im Bauch hin und drauf rücken So, ich hab grad eine geile Möglichkeit gefunden, den zu neuen ohne X-Stücken Ohne X-Stücken Yeah, nice Du hast eigentlich nur einen Fangen-Need-Aufmann Was? Du hast eigentlich nur einen Fangen-Need-Aufmann Beziehungsweise den Titan-Need-Aufmann Das hab ich zwischendurch erhöht, ohne es zu sagen Ja, ja, ja Das sagen sie alle Ja Rasselhoffs Panzer, siehst du, das kann ich auch sagen Ich kann auch sagen, dass wir Scheiße, ich hab einen Tail nicht ausgehäutet Ja, ja, ja Scheiße Äh, Föbel im Essenz, ich muss jetzt mich ganz schnell zum Tail bewegen Lasst mich durch Ihr kommt ja nur raus Ja Ja Hau mich an, hau mich an, hau mich an, hau weg BAM Genau BAM BAM Dann lach doch Ha 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 Ah, kann ich auch Ha 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 So, ich bin gleich am Tail Bist du das? Ja, ich bin gleich am Tail Dahinten liegt doch und jetzt kommt Quest erfüllt Ja Aber dann, ich hab doch ausgeweitet Huh, Glück gehabt Was hab ich denn alles bekommen? Äh, zwei Rasselhoffs Panzer und zwei Feuerwehr in Essenz Ist das nicht schön? Wer ist abgeschlossen? Was denkst du, nehmen wir noch eine Stunde auf oder nicht? Mach jetzt noch eine Stunde Ja Sag, machst du dich ans Aushalt vom Täter? Ja Ja, eigentlich nur bei drei Stunden Machsam Ja, ich bumse was Fragen dazu Ja, ich bumse was Fragen dazu Scheiße Guck mal, welchen Loch ich grad bei den Bildern Das ist eindeutig schwul Hier Da will dich bumsen Nee, ich hab außerdem so Das Jung von heute schon von ihm kaputt gemacht Scheiße Der von der Rattelos Bitch Seh, jetzt seh ich's grad Der von der Rattelos Bitch Der von der Rattelos Bitch Aber wie jetzt meinst du? Ich wollte uns mal was fragen Was denn? Oh, das kann ich jetzt nicht fragen Weil wir sind dein Displays in Achso, äh, dann frag mich nicht Ja leider Und du bist wieder So, jetzt muss ich mal gucken Vielleicht haben wir auf keinen Fall genügend für irgendwelche Sachen, oder? Sag doch mal was Nein Erster Rattelos Tod Erster Juhu So, jetzt speichern wir Was bringt die Ikarons? Die Ikarons, die kannst du dir angucken Die sind noch in Beschreibung da von manchen Waffen Sagen sie dir für was die gut sind für was nicht Ich denke mir sehr aktiv Ja, du kannst dir Die sagen dir die Vorteile von den Waffen Und wie da am besten mit dem umgehen sollst Jemals Sagen, dass es Monster haben für Arme Nein Da hast du mehr Monster als Gegner Naja, das ist nicht unbedingt Auf einmal eine Quest schon Das sind eindeutig Manchmal mehr Minions als ein Monster Hunter Ja, hier sind wir 3.000 Minions schon wieder Genau Du musst alle töten Also kannst du Kriegst Herzen für Kriegen Wenn ich mache Wenn ich kämpfen würde Ja, genau Da hast du es erfasst So, jetzt gehe ich mal gucken Ob ich mir irgendwas verbessern Oder bauen kann Und gehe jetzt wegen dem item shoppen, ne? So Bootsäbel Für Gin Fehlen wir noch drei Panzer Und ein Mark Und für äh Strahlenkranz fehlen mir noch fünf Schuppen Oh, ich muss die Strahlenkranz bauen Sieben Flammenbeutel und eine Platte Deswegen sag ich ja, was mir davon fehlt Platten werden eklig sein Es wird alles eklig Deswegen guck ich mal beim Dankschwert Äh, Flügel, drei Gewebe und zwei Klickwecksklog Das sieht alles nicht besser aus Das sieht alles nicht schön aus Du brauchst aber alles, das ist halt das So, äh, Hammer Nein Hammer her In dem Po Oh yeah Nein, vergiss es Oh nein Ich hab mich Beide dich vor So Hast du alles zu warten schon Horror haben willst Ich guck doch nur Ja Hier Kaktus Kaktus Totschläger könnte ich mir bauen Hat eine Gifteigenschaft Hat Ja Oder Kristallhammer Fehlt mir noch 22 Eisenherz Ich glaub das wär nicht so gut Nein Das wär echt nicht gut So Schwarze Sense Auch hier Drachenholz Langschwert Könnte auch gehen Ich hab mir noch ein Drachenmoos Neun Chaospilze Und Neun Donnerkäfer Das ist ja nicht so Das ist viel wärmer Mal Ich könnte mir jetzt für wirklichen Herbst Fast nochmal neu bauen Ich hab mir noch zwei Feuersteine Andere können sie's machen Dann könntest du nicht Genau Das wär unnötig Ich könnte mir auch ein Knochen bauen Und gucken wie ich damit durchkomme Gewehrlandse Genau hier geht's mal Geht jetzt richtig los Schneegewehrlandse Noch zwei Gierpeitschub Gewehrlandse willst du bauen mal Ja So mal gucken ne Hier Rex Explosion zum Beispiel Was war so? Rechts Explosion Rex Explosion Ja Recht Explosion Donnerkäfer für Drachenholzgewehrlandse Und noch drei dunkle Splitter für die graue Gewehrlandse Ja okay die Borsche Da muss ich nämlich nicht so viel fahren Ja Ist doch gut Das ist auch glaube ich nicht anders gesagt Ich hab mich nicht anders behauptet Du und doch schon Hast du Das du mich gibst Das muss schon mit meiner Ecke Boom schack an Lacken So Das war schon ein bisschen Honig sammeln ne Ja Vier stück haben wir schon bekommen Die Jungfurt kratze ich mich mal kratze ich diesmal nicht an Das ist mir jetzt zu pervers Ja ich weiß nicht machen So ich hab 15 drachen elsen So jetzt baue ich ein Schwert ab So und ich kriege Ach du hast jetzt grad Dings gemacht Hast du ja Frankreich schon gehabt Na 15 hab ich doch grad gesagt 15? Wie oft hast du Dings gemacht? Ja Zwei mal also samt vier Quests Ach du scheiße Ja Ach du scheiße Mal schnell noch Mach ich überholst Wenn die Zahlen kommen Ich bin ja Wir haben jetzt Ferien bald Wir haben schon Ferien Nein erst am Montag Ne Ab Dienstag erst mal Dann sie mich als Ferien Feiertage Ich hab grad 6 Drachen Niterz bekommen 6 Drachen Niterz? Ich brauch die Gib die mal ran Ja gerne Muss trennen ja los schicken trennen ja los im Vulkan Gibt ihr dir 6 Drachen Niterz Ja und manchmal zwei Schickt mich Kennen wir schnell zu dir nach Pocke Nach Pocke Nach Pocke Nach Pocke So jetzt habe ich mir noch dumm Weil dumm cool ist Ja Und ja Ich weiß nicht damit wie Herkotrome neu angefangen haben Ja Wo gibt's Herkotrome hast du mich Ich hab gesagt Betten und wir kann das sind niemals Gibt's eh nicht Dann gehen wir dahin Gab's die Genau das wollte ich auch zeigen Hab ich Käfer gesucht Kinderkäfer Ach cool hier gibt's ja Herkotrome Und ich hab weder Kinderkäfer noch Herkotrome bekommen Da haben wir Regenbogeninsekten Ja Die bring's ja auch Die brauchst du immer Wir haben hier Regenbogenkristall Die braucht man immer Genau Oder Regenbogenerz Steht immer noch die Braten da Dann musst du warten Dann gibt's gerade einen Datenübertragungsfehler Das heißt dass du gleich wieder online gehen musst Oder offline Boom schakalack Boom schakalack Boom Alles explodiert 3, 2, 1 Boom Das war sich aber rattern als nein Nein Ich werde mich abwechselnd reinbringen Und mach ein Einen 2 Das war was Nein Auf keinen Fall 2 Ultimatives Krabbenmal Das klingt doch schön Nein, aber Kravius brauche ich noch zum Töten. Auch meine ich schon wieder zwei Minuten noch, wenn ich das Wort empfiehlt kann. Was soll ich jetzt für Kravius nehmen? Soll ich den schwachen Bogen benutzen? Ich hätte, wie gesagt, die leichte Bogen Abbrust genommen. Da muss ich aber fahren. In Form gewundert. Sei kein Bussi. Oder zeigst du? Sowas zeigst du mir natürlich nicht, wenn die Brust in Form oder so. Und ich habe ja schon viele. Zeig ich auch nicht jeden Part. Dann müsste ich auch schon noch vorhin dieselben Part zeigen. Das ist ein kleiner Tipp. Ein Tipp, ein Tipp, ein Tipp. Sie sagen, sie müssten noch mehr online sein. Da sind noch mehr online, du siehst du bloß nicht. Klinik Strupp, Stoffpuppe. Könnten wir gut für den Kitz zu gebrauchen. Eine Stoffpuppe. Die hast du, glaube ich, benutzt. Ja, da habe ich für den. Warte, da. Ja, ich habe, glaube ich, mir links genommen. Oder was brauchst du für was denn? Zeig mal. Hier brauche ich das hier. Ja. Hier bräuchte ich das hier. Ah, doch, die hatte ich. Sehr gestanden. Die hatte ich auch generell. Die hat eine Vollzeit, die hat Schnellschuss, Feuer und Dings. Genau. Die habe ich gegen alle möglichen Monster genommen. Also ich habe einen Erhabenheitsbuch. Also ich würde auch wissen, die ist besser. Ich kann aber besser mit Bogen umgehen. Aber ah, ja, die kannst du umgehen, aber da geht der Part nicht zu schnell. Machst du eben 50 Minuten nur den einen. Hat eigentlich gerade jetzt eigentlich Wasser oder Eis? Wasser. Gut. Gut, gut. Und mit Bogen machst du nicht so fällig an, weil du automatisch abglockst in den Panzer. Das heißt, der ist wirklich knapp 40 Minuten umgehen. Ich gucke jetzt die ganze Zeit bei leichten Armfuß, ob es irgendwo Wassereigenschaft steht. Ich bin so bescheuert. Ach, nee. Das bringt auch nur du. Hier, Schnellfeuer, Wasser mit Hummergewehr. Du brauchst so, Pläsio. Fahren einfach eine Runde, Pläsio. Das sind vier Schuppen, oder? Und drei machen Liebärzte. Werde ich hundertprozentig nicht so schnell bekommen. Ich habe die umsinnig alle im Kapp. Na, warte doch einfach. Ich wollte keine sieben Minuten auf den Kamm. In der Zeit kannst du dich auf das Display konzentrieren. In dem momentan eh nichts passiert, weil die ganze Zeit laden da steht. Ladevorgang, Punkt, Punkt, Punkt. Naja, nee, das war aus Zubox Smash Bros. Hast mir auch ein Sack ging in der Zeit lang. Bist du wieder da fahren? Was? Ich hol mir jetzt, mach ein Lied erst. Hast du dich gerade abgenommen hast? Nein. Klar. Hast du außen angemacht oder wie? Ja, natürlich. So ganz schnell. Jetzt kam Fehlercode. Sag ich doch. Endlich mal Karma. So, jetzt kannst du auch. Was hast du bis jetzt die ganze Zeit gemacht? Hölle gegen Finsternis. Hölle. Hölle. Hölle gegen Finsternis. Hölle gegen Finsternis. Hölle gegen Finsternis. Geh doch einfach mal bei einer gegen, also alle gegen alle. Ja, und dann wo kann ich? Na, wo? Einmal einen Fall auf den Hut gehen. Das ist dann, bist du nicht zu sterben. Nee, dann musst du ab, äh, abstauben. Ja. Mit Hand in Nahkampf. Nee, nee, dann nimm den Bogen. Damit kannst du gut abstauben. Ich kann überhaupt keine Bogen spielen. Ich hab's auch schon versucht, ich krieg's nicht hin. Das war wie in Tryna. Hast du auch Your Monster das erste Mal gesagt? Bis ich dann wirklich drei Stunden Mont gespielt hab, aber jetzt sieht man, was ich da durch kann? Überhaupt nicht. Täter ist recht, die Hand ist ja unnormal, die hat so schnell Schaden. So, also. Was müsst ihr in Unite geben oder zu machen? Ich nehme jetzt einfach diesen Scheiß Bogen, weil ich, nee, warte, was muss ich fahren? Ach ja. Äh, ich hab's schon wieder vergessen. Pläzioff. Pläzioffschuppen raus oder Pan. So, was hat er für eine Schwäche? Feuer, nehm doch mal. Was denn nun? Also, Donner ist eigentlich die Hauptschwäche, aber Feuer ist die Schwäche, die am leichtesten machen muss. Also, ich wollte auch an deiner Stelle waschen Blockwaffe nehmen. Die Blockwaffe? Da ich für den Schilder Schilder. Aber da hab ich, ach, okay. Perfekt ist perfekt dazu. Okay, ich vertraue mal auf dich, auf den Meister. Also, ich hab's so. Ich hab's meistens mit Donnerwasser gemacht, weil Bläzioff hat eigentlich Donner-Element-Schwäche. Aber Feuer hat er auch. Ja, okay. Deswegen, da gibt's Feuer nur die meisten, was es davor gibt. Pläzioff. Wasser, wirwern in der Wüste. Ich hab irgendwann mal einen Frosch gefunden, glaub ich. Ein Frosch? Ja. Ah ja, genau bei der Farm hab ich einen gefunden. Ich hol den. Am besten ich bereite mich jetzt mal auf die Quest vor, ne? Ja. So, mit ein paar Schallbomben und Froschen. So, dann gehen wir mal. Ähm. Was nehm ich mir? Ach ja. Mensch, ich bin grad voll durch den Wind, weißt du das? Wegen mir alles, ne? Ja, ganz eindeutig wegen dir. So. Tränke. Megatränke 3 sind ein bisschen wenig, oder? Wind ist, glaub ich, wirklich. So, 10 sind da schon besser. Äh, Blitzbomben bringen nichts. Fallen wär nett. Ja, dann hast du welche drauf? Natürlich, fallen hab ich. Hast du immer, weil du ja, dass du dich anders spielen kannst. Genau. Hast du das erfasst? Ich bin nicht gut. Oh, 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 ich bin leid, du warst. Ja, klar. So. Das nehm ich mal noch mit. Ach ja, Frösche wollte ich. Ich find's nicht. Ach, hier oben. Ich weiß nicht, was du für eine Explosion, das die Monizbier hatte. Ah, was denn? Flamme der Explosion. Ach so, die Fähigkeit. Ja, ja, ich hab mich auch schon. Mal wie die Strahlung. Ja, hab ich auch schon. Ah, schau. Hab ich beide. Das macht richtig Spaß mit denen zu spielen. Glaube ich dir genau einfach so anzufangen und dann um die Leute fast die Luft zu jagen. Und so töten mit einmal, ja. Oder wenn man einen gegnerischen Engel einfach aus dem Ring wirft. Ja, das war's. Mit einem Angriff. Das ist genial. So, ich hab jetzt Tränke. Kaltgetränke. Ich brauch ein Heißgetränke für den Kampf. Storben die alle ab, die Säcke? Das machen die bei mir auch andauernd. Ich hab einen Toten, dann bin ich fast tot und der gewinnt natürlich. Genau. So. Das brauch ich noch. Das müsste reichen, oder? Wetzsteine hab ich mit. Das brauchst du unbedingt. Objekte. Irgendwas, wo 20. Wetzsteine. Gut. Können wir uns auch Pläsiow machen. Stufe 3 war er. Oder noch einen grünen Pläsiow. Ich zieh mir jetzt. Komm mal auf, kommst du auch machen. Aber ich mach erstmal den hier. So. Ach ja. Wieso ist denn da schon wieder unbesiegbar? Eine Stunde 16 aufgenommen. Schon. Ich glaube noch ein Bläsiow machen wir erstmal auf, oder? Wie viel haben wir es denn überhaupt schon? Äh, 1901. 1901 schon? Ja. Das ist aber noch so hell. Ich kann auch meine binäre Uhr gucken, um zu gucken, wie ich spät war. Oh. Wasserwiew und in der Wüste. Das ist wieder eine Aliteration, ne? Für alle Deutschfreaks. Festbeginn. Lusche. Ja, ach. Selbst bei Monster Hunter schaue ich mehr Kills. Ich weiß es. Also den, den, den folgenden Tal. Die Kauern zur Störung fügen. So. Ich hab keinen Platz mehr. Ich hab überhaupt keinen Platz mehr. So. Dann. Auf in den Kampf, ne? Let's get ready to run, bud. So. Ja, ich hol den jetzt mit einer Schockfalle raus, weißt du? Mit einer Schockfalle willst du ihn aus holen? Ja. Das elektrisiert das Wasser und dann kommt da raus. Ich hab ihn gehört. Ich glaube, er ist gerade weggegangen. Und ich glaube, ich hab recht. So, ich muss mich jetzt mal schon mal wieder zu holen versuchen. So, jetzt. 2,5, bitte weiß. Ich töte mal schnell die zwei Typen hier, ne? Holy shit. Das ist ja unheimlich normal. Bogen? Wo bist du gerade? Ja. Ich hab die U-U-U schon gesehen mit einem 490 Punkt. Achso, äh, hast du automatisch nachladen drin? Ja. Oder wie das heißt, nachladen, genau, weil er kann zu schnell Feuer machen ist. Einfach nur göttlich. Sehe ich gerade. Und dann noch, dann stellen wir noch die Explosion ein und schön automatisch nachzielen. Genau. Das müsste Plesiophier sein, ne? Seht ihn, sieht ihn, sieht ihn hier irgendjemand? Ich glaube, ich sehe nicht. Weil ich gerade nicht hingucken kann, weil ich wieder gestorben bin. Sehr schön. Du musst da eigentlich mit Sprechen rauslocken. Ja, aber ich weiß nicht, ob er hier ist oder drüben. Aber ich töte erstmal ein paar mit Tau. Und die Tau ist getötet. Ja, weil die mich sonst nachher stören. Oder gleich jetzt schon stören. Alter, der nervt, weißt du das? Der Plesiop oder der? Der Hamidauer. Kleine Hamidauer-Panzer. Was lege ich ab? Damit braucht man die noch jetzt vor, ich kippe die Nerven schmissen. So, was lege ich ab? Stationen brauche ich auf jeden Fall noch. Erste Hilfe aus, nein. Peter, Bogenschein. Wieso? Ich mache Form fahren. Du musst weit weg vom Gegner stehen und Aufladeschuss machen. Dann machst du Schaden. Ich stehe eine Mäherin, die nicht um. So, ich habe ich glaube, das brauche ich nicht. So, ich halte jetzt einfach mal den Frosch hier 10 Minuten rein. Und wenn er dann nicht da ist, gehe ich rüber. Ich habe ihn. Hast nämlich. Ja, hier ist er. Ja, da ist gerade Trinderfrosch. So vollregungslos. Ich weiß noch hier von Akanto-Griller. Hier Frische fressen Plesiop. Und Plesiop sind so leidenspro, dass sie einen Frosch hinterher jagen. Wann ist das nicht Akanto? Von Akanto-Rex. Mein ich doch. Akanto-Rex oder Haute-Rex. Ich weiß, das war... Niemals vielleicht. Niemals Arnie, du hast Arnie vielleicht nicht. Alter, ich bin kein Mäßig. Irgendwas mit Akanto, was? Jetzt muss er endlich den scheiß Frosch nehmen. Das dauert noch mal Jahre, bis er hier ist. Endlich drei Kills. Es geht mir doch, wenn wir die Attacken gehen. Wie geht das? Menschenskinder, jetzt nimm den scheiß Frosch. Da. Oh, der ist ja zu draußen. Ich habe jetzt einen Schopf heute zulegen. Hätte ich voll reingebracht. So, draußen ist er. Weil ich hier noch ein Heißgetränk nehmen soll. So. So.